Aus der vergangenen Saison 23-24 fehlt auch noch mein Team der Saison aus der französischen Ligue A und das präsentiere ich euch in diesem Video. Dabei habe ich mich für eine relativ kuriose Formation entschieden mit einem 5-3-2, wobei kurios ist das nicht unbedingt, eher die Besetzung, da jetzt auf der Außenverteidigerposition nicht unbedingt viele Spieler überzeugt haben zum Beispiel, aber gut, ihr werdet es sehen und ich werde es auch im Video begründen. Wir starten wie gewohnt im Tor und da steht bei mir Gianluigi Donnarumma. Ja, ich sehe ihn eigentlich auch ziemlich kritisch, aber man muss halt einfach zugeben, letzte Saison national hat er extrem stark performt. Er hat zwar seine Probleme mit Ball am Fuß, aber in der Liga wird PSG nur selten hoch gepresst. Dementsprechend kann er meistens einfach gut seine Stärken auf der Linie zeigen und hat dementsprechend vergangene Saison auch, obwohl er bei PSG spielt, statistisch die meisten Tore aller Torhüter verhindert in der Liga. Als Alternativen gibt es da natürlich noch Bisseau von der Überraschungsmannschaft Stad Brest, einen Mauritio von Clermont, die diesmal leider abgestiegen sind, aber er hat so wie auch vergangene Saison individuell stark performt, Chevalier war stark als sehr junger Torhüter im Tor von Lille und auch Prisomba von Lohs kann man erwähnen. Fangen wir an mit dem rechten Innenverteidiger meiner Dreierkette und das ist ein Spieler, der genau diese Position auch häufig gespielt hat. Mit Wilfried Zingo von der AS Monaco hat meistens eben genau diesen Halbverteidiger in der Dreierkette gespielt, war aber gegen Ende der Saison auch relativ flexibel, hat sowohl Schienenspieler gespielt, als auch Halbverteidiger in der Dreierkette, als auch Innen- oder Außenverteidiger in der Viererkette. Dementsprechend kann der alles, aber genau für diese Rolle ist der perfekt und er hat halt eben, egal wo er gespielt hat, immer performt und war einer der besten Verteidiger. Andere erwähnenswerte Spieler wären da ein Toti Bo, ein Chardonnay, Agbadou von Stadras oder auch wie jedes Jahr ein Kevin Danso. Machen wir erstmal mit dem linken Innenverteidiger weiter, weil der Zentrale ist kein klassischer Innenverteidiger und da spielt bei mir auf der linken Seite Dante. Mittlerweile 40 Jahre alt, aber er performt einfach stabil auf seinem Niveau und dieses Jahr hat das einfach gereicht, weil kein anderer Verteidiger so unbedingt heraussticht. Dante auch bei einer der besten Defensiven mit Nizza waren lange die Beste, am Ende war es dann glaube ich... Ah nein, tatsächlich waren sie sogar über die komplette Saison die beste Defensive der Liga und da musste ich einfach einen Verteidiger von Nizza mit reinnehmen. Dante war da für mich der Beste, sogar noch einen Tick besser wie Toti Bo und deshalb ist er hier meiner Ansicht nach verdient drin. Für diese Seite kann man noch einen Brassier von Stad Brest erwähnen und auch Balerdi von Marseille. So, jetzt machen wir den zentralen Innenverteidiger. Tatsächlich sehe ich das eher als die Sechser-Position an. Das habe ich jetzt einfach so gemacht, da im zentralen Mittelfeld einfach sehr viele starke Spieler waren und ich da die drei drin haben wollte, die dann später auch noch kommen. Deshalb musste ich einen Sechser nach hinten schieben und der war eigentlich für mich von Anfang an klar gesetzt mit Pierre Lesmelou von Stad Brest. War für mich mit der beste Spieler der Saison, weil er einfach der Schlüsselspieler von Stad Brest war, die als Überraschungsmannschaft sensationell in die Champions League einziehen konnten. Als Sechser-Alternative gäbe es noch einen Borchement André von Lille, aber wie gesagt war für mich Lesmelou auf jeden Fall gesetzt. Dann machen wir, bevor wir zu den Flügeln gehen, erstmal das Zentrum und der erste Spieler dort ist für mich Maxence Cagare von Lyon. Die haben natürlich eine katastrophale Hinrunde gespielt. Da war er auch nicht unbedingt gut, aber in der Rückrunde, die haben sie ja sensationell performt. Da war er für mich einer der Unterschiedsspieler und deshalb wollte ich ihn hier unbedingt drin haben. Zweiter Spieler ist für mich Vitinha von PSG. Da muss man sagen, er hat in der Liga nicht ganz so viel gespielt. Dennoch haben die Leistungen für mich auf jeden Fall gereicht. Vor allem in der Champions League war er ja herausragend, aber ich wollte ihn hier dennoch unbedingt drin haben. Ist auch ziemlich underrated und hat eine sehr starke Saison gespielt. Und der dritte Zentrumsspieler im Bunde ist der einzige Spieler in dieser Mannschaft, der nicht bei einem Team aus der Top 7 spielt. Und zwar ist das Savanier von Montpellier, aber den wollte ich hier unbedingt drin haben, da er individuell eine sehr starke Saison gespielt hat. Ist zwar schon 32 Jahre alt, aber performt wieder auf einem echt guten Niveau. Neun Tore erzielt, sechs Vorlagen gegeben, aber tatsächlich wären es sogar, wenn die Spieler die Chancen, die er kreiert hat, genutzt hätten, fast neun Vorlagen gewesen. Zudem mit die meisten Großchancen kreiert, als so ein sehr kreativer Spieler, 2,9 wichtige Pässe pro Spiel gespielt, der musste hier einfach rein. Ansonsten kann man hier noch Angel Gomez von Lille erwähnen, Vincent Sierro, Fofana von Monaco, Teyuma von Stadras und auch Madi Kamara von Stadprest. Und in dem System gibt es natürlich keinen Zehner, da kann man einen Minamino von Monaco erwähnen, auch wenn es dann letztendlich nicht gereicht hat für die Startelf. Gehen wir jetzt über zu den Flügelverteidigern, beziehungsweise eher Spielern. Und auf der rechten Seite, ich habe ja gerade schon gesagt, es gab nicht allzu viele gute Außenverteidiger, ein paar werde ich gleich noch erwähnen. Geschafft hat es letztendlich aber ein reiner Flügelspieler mit Romain Del Castillo, der bei Stadprest neben Les Melus auch einer der Schlüsselspieler war, über einen rechten Flügel viele Chancen kreiert, aber auch selbst einige Tore erzielt. Und deshalb musste er hier auch auf jeden Fall rein und hat es dementsprechend auch geschafft. Klassische Außenverteidiger-Alternativen wären ebenfalls von Stadprest, Kenny Lala oder auch natürlich Hakimi von PSG oder Jonathan Clos von Marseille. Aber natürlich muss ich an der Stelle auch noch klassische rechte Flügel erwähnen, mit Bourichaud von Stadren, mit Ito von Stadras und mit Edon Shekrova von Lille. Auf der linken Seite haben wir eigentlich genau das gleiche Spiel und da spielt jetzt auch einer, der hat eigentlich nie über links gespielt, ist gelernter Stürmer, hat jetzt vergangene Saison häufig den halbrechten Spieler gespielt, teilweise auch den rechten Schienenspieler mit Florian Sotokar, aber der Mann kann ehrlich gesagt alles spielen, ist gegen den Ball einer der wichtigsten Spieler bei Lors, aber auch mit Ball hat er sich enorm gebessert, diese Saison viel kreiert und deshalb habe ich ihn jetzt reingepackt. Natürlich eine ungewohnte Position, aber das könnte er spielen und ich habe ihn einfach irgendwie unterbringen wollen. Alternativen waren jetzt auch nicht allzu stark, aber zumindest erwähnen muss man an der Stelle noch Operi, Loco und Udol. Kommen wir zu den zwei Stürmern, aber ich habe ja gerade für die linke Seite nur Außenverteidiger erwähnt, dementsprechend fehlen noch die Flügelspieler, allzu viel Auswahl gab es da nicht. Die erste Wahl ist natürlich klar und das ist eben Kylian Mbappé, seine letzte Saison vorerst in der Liga A, aber er muss hier natürlich rein, das ist logisch, hat enorm viele Tore gemacht, viele Vorlagen, dementsprechend kommt man da natürlich nicht dran vorbei und die einzige Alternative für ihn wäre Golovin von Monaco gewesen. Und der klassische Stürmer ist in dem Fall Jonathan David, da gab es viele auf demselben Niveau, ich habe mich letztendlich für David entschieden, da ich auch ansonsten keinen Lille-Spieler hatte, die aber Vierter wurden, dementsprechend wollte ich da noch einen drin haben. Die Alternativen, die es zu ihm gab, waren alle in etwa auch auf seinem Niveau, ich habe mich letztendlich für ihn entschieden, das wären unter anderem Lacazette, Lacazette, Benjeta, Dalinga tatsächlich von Toulouse und auch Pierre-Emerick Aubameyang gewesen, aber wie gesagt am Ende Jonathan David. Somit komme ich am Ende bei diesem Team raus, sieht auf jeden Fall ganz gut aus, was die Verteilung der Spieler bzw. der Mannschaften der Spieler angeht, habe ich es glaube ich auch ganz gut getroffen. Ich habe drei PSG-Spieler, da kommt man halt nicht dran vorbei, die wurden halt einfach Meister, muss man anerkennen. Dann habe ich zwei Spieler von Stad Brest, musste ich einfach mindestens zwei nehmen, weil die als komplette Überraschungsmannschaft, niemand hat die in den europäischen Plätzen erwartet, in die Champions League eingezogen sind. Monaco als Vizemeister, dafür nur mit einem, wie auch Lille als Platz 4, Nizza als Platz 5, Lyon als Platz 6 und Lors als Platz 7, also jeweils mindestens einen von allen Teams aus der Top 7 und dann halt eben noch Savanier von Montpellier, die nur Zwölfter wurden, aber das habe ich ja vorhin schon begründet. Wenn man es mit meinem Team der Saison aus dem Vorjahr vergleicht, ist tatsächlich nur Mbappé gleich, ansonsten gab es ein paar Spieler, die ich jetzt zumindest erwähnt habe, ein paar andere haben ein bisschen abgebaut oder sind gewechselt, wie zum Beispiel auch Messi, aber im Großen und Ganzen finde ich das ganz gut, auch wenn ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, da eine passende Formation zu finden und halt die besten 11 Spieler reinzupacken und nicht nur die besten auf ihrer jeweiligen Position, weil das einfach an gewissen Stellen nicht ganz verdient gewesen wäre. Das soweit mein Team der Saison aus der League A 2023-2024, schreibt mir gerne eure Meinung zu meinem Team in die Kommentare oder auch was ihr noch für Gedanken zur letzten League A Saison habt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!